Wir sind im Moviepark, wir spielen heute Verstecken mit Mo, Holzi, Erden, mir und Tommy hinter der Kamera. Vier Leute verstecken sich, Holzi wird suchen, hat den ganzen Tag Zeit uns zu finden. Ja, ich sag mal so, war meine Idee, deswegen möchte ich auch suchen. Ich nehme mir diese Bürde, diese Herausforderung an und ich werde euch alle finden. Die Regeln sind, es gibt eigentlich nicht so viele Regeln, man muss sich halt natürlich im Park verstecken. Wir haben 15 Minuten Zeit uns zu verstecken, Holzi wird dann hier einfach umsitzen. Dann hat Holzi die App, wo ist auf iPhone? So, da haben wir alle unseren Shuttop geteilt, er darf viermal da drauf gucken, wo wir ungefähr sind, um kleine Hilfe zu haben. Und er darf zweimal den Park sozusagen verkleinern. Yes, wie Fortnite. Also, Countdown, 15 Minuten habt ihr jetzt Zeit, euch zu verstecken und der Countdown läuft schon. Während Holzi die 15 Minuten warten muss, sprinten die Jungs direkt los, um ihre Verstecke zu finden. So, erstmal, ich suche meine Toilette. Tom und Zwei, die tun sich direkt zusammen, denn sie haben einen ausgeklügelten Plan. Du weißt, was wir jetzt machen? Tom und ich haben einen Plan, wir haben einen ultimativen Plan. Wir gehen uns jetzt einkleiden, Leute, wir gehen in so einen Fanshop und ich will kurz davor mit dem Hoodie zu holen. Boah, das sind 35. Wir haben zu viele Tattoos an der Tat. Das Ding ist in 35 Grad. Aber wir haben zu viele Tattoos, dann schwitzt du halt den Hoodie voll und werfst dann nach dem Müll. Ich hole mir dieses Shirt. Ich muss für ein L. Oh mein Gott, Digga, guck mal, guck mal her. Ich denke, so was vibriert hier so, guck mal jetzt. Huch, sehr gut. Achso, Wespe. Wir haben heute kurz Leben gerettet. Dafür ein Like da lassen. Hi, einmal das T-Shirt bitte. Shit, 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 der Hoodie ist nicht meiner Größe, Leute. Ich bin viel zu klein. XXL, das bin ich auch nicht. Tom, wo bist du? Mach mal hin, Alter. Das war alles in meiner Größe. Ich habe schon mein T-Shirt. Ich guck, mein Hoodie ist fast nicht. Ja, das ist ein paar Asche hier, Alter. Hier, hast du auch da? Ja, let's go. Ich hole das auf. Was machen wir jetzt mit den alten Sachen, Tom? Können wir vielleicht unsere T-Shirts hier lassen und die gleich wieder abholen? Ist das okay? Okay, das ist nicht, aber ihr habt ja was vor. Hä? Ich meine jetzt MPC-Transformation. Oh, da lässt ihr richtig Kohle. Nur für dieses Verstecken-Video. Oh ja, das wollen doch die Leute sehen. Wir haben jetzt fünf Minuten verschwendet für Outfit. Deine Tat, Mann. Sacrifice. Deine Tat, Sacrifice. Yeah. So, das Ding ist, wir sind immer noch hier am Anfang vom Park. Ich muss jetzt auf Tom scheißen, Alter. Der braucht mir zu lange. Ich brauch noch ein paar Sachen. Jetzt hat der Junge mich einfach allein gelassen, ja, Alter. Mein Plan ist jetzt, ich geh auf ein Karussell, fahr einfach 15, 20 Minuten da rum. Und dann geh ich am Anfang wieder zurück und versteck mich da zwischen Kuscheltieren. So, ich geh jetzt, ja, wie gesagt, auf Toilette und dann gucken wir mal, schön ist Versteck, ne? Also, das wird jetzt mein Zause für die nächsten 15 bis 20 Minuten. Okay, Leute, ich glaube, ich sehe offiziell aus wie der größte Mongo, der hier rumläuft. Okay, schon mal nicht schlecht, schon mal nicht schlecht. Das Ding ist, eigentlich muss ich auch meine Cap loswerden. Ich muss eigentlich auch meine Cap loswerden in den nächsten Laden rein. Hey, Jungs, wo ist das Riesenrad? Wo ist das Riesenrad? Das Riesenrad, das ist da. Das da hinten, ne? Ja, danke. Ich darf nicht einmal ganz gut einen haben. Ja. Leute brauchen sowas. Ich schlaf einfach so rein. Really, Aaron. Was geht, Jungs? Alles klar? Ja, mein Vater. Ja, perfekt. Willst du Jocks? Ja. So, jetzt kaufe ich noch eine Superman-Cap. Alter, sehe ich *** aus, Leute. Aber das Gute ist an so einer Sonnenbrille. Du erkennst die Leute kaum und an uns ist ja auch eigentlich alles scheißegal. Also, mir ist gerade wirklich alles scheißegal. Okay, ein bisschen peinlich ist schon. Wie ratet ihr das Outfit? Schon wild, oder? So, da hinten seht ihr schon das Riesenrad. Da gehen wir gleich drauf. Hoffen wir mal, das passt da, ne? Okay, also die Frau hat mir gesagt, dass hier der beste Ort ist, um sich zu verstecken im Nickelodeon-Bereich. Ich vertraue dir einfach. Boah, das Ding ist, wir haben hier vorher nicht geguckt, wo wir uns verstecken können. Das ist einfach konkret. Random jetzt. Spidey und Mo wählen den linken Weg, während Aaron und Tom ins Nickelodeon-Land gehen. So, ich verbringe jetzt den halben Tag hier. Sag mal so, das ist eine richtig lange Schlange und ich muss jetzt irgendwie klären, dass ich da jetzt, keine Ahnung, eine Stunde Mittwoche ohne Sinn, ne? Das Ding ist, ich habe keine Ahnung, wo ich die Chippe stecken soll. Irgendwie habe ich das Gefühl, der wird mich hier direkt finden. Also, das geht so in die Hose, Leute. Das geht so in die Hose, von noch drei Minuten Zeit. Ach du Scheiße. Das ist doch perfekt. Das ist perfekt. Hier ist so ein Fotoautomat. Ich setze mich einfach so hier rein. Leute, wir werden mich niemals erkennen. Hi. Ich weiß nicht, ob die... Ja, weiß schon Bescheid. Okay. Kein Moment, bitte fahren. Ja, kein Problem. Das Ding ist, das kann man dir nicht zubachen. Ich sitze hier einfach so. Ich überlege halt, ob ich einfach einen auf MPC machen soll. Dass ich einfach hier sitze und versuche, so wenig wie möglich aufzufallen. Aber ich bin halt wie weit situiert, Alter. Das ist so fair, wie soll ich denn so scheiß Zettel gemacht haben? Nach langem Hin und Her haben die Jungs ihre Verstecke nun gefunden. Die 15 Minuten sind um und Holzi macht sich auf den Weg, die Buben zu finden. So, Leute, die 15 Minuten sind rum. Normalerweise würde ich jetzt hier durchsprinten, aber da der Park so riesig ist, machen wir das auf gar keinen Fall. Hier, das ist so ein Ding. Irgendeiner hockt immer im Busch. Ich muss mich einfach unauffällig verhalten, wie ein NPC. Aber das Ding ist, jeder guckt hier rein. Jeder guckt hier rein. Leute, ich glaube, ich muss gleich das erste Mal hier direkt drauf gucken. Das macht am meisten Sinn, wenn ich einmal auf die App gucke. Weil sonst verplemper ich so viel Zeit an Orten, wo wahrscheinlich gar keiner ist. You gotta believe, you gotta believe. Wie soll ich das schaffen? Ich mache das Unmögliche möglich. Ich bin versteckt, ja genau das. Und bis die Zone sich schließt, werde ich erst mal hier mitfahren. Alles klar. Ja, ja. So, ich weiß. Ich glaube, ich fahre doch nicht so 10 Minuten hier mit. So, wir sind hier jetzt in einem Laden. Ich kann mir vorstellen, dass einfach so einer in der Umkleide chillt. Dann machen wir mal schönes Nickerchen hier und dann passt das schon, ne? Das Ding ist, ich weiß gar nicht mal, wo hier überall was ist. Ich kenne mich ja selber hier nicht so super gut aus, ne? Am Ende, einer hat sich so irgendwie auf einer Parkbank gesetzt zwischen zwei, drei Leuten. Und ich sehe den einfach nicht. Wisst ihr, was wir jetzt hier erstmal machen? Ich stelle die Kamera jetzt hier ab und gucke in der App nach, eine Minute lang, wo die Jungs ungefähr sind. Wahrscheinlich bin ich eh komplett falsch, bin ja eh erst am Anfang. Viele sind bestimmt durchgelaufen. Ah, okay, okay. Zwei sind bei Dora's Adventure und zwei sind bei den Western-Dingern. Das habe ich hier alles gerade umsonst gemacht. Egal, egal. Boah, ich glaube, ich gehe als erstes auf den Mo. Klasse, Bruder. Ich facetime mit Tom jetzt. Wie siehst du denn aus? Bruder, ich sitze in so einer Fotokabine. Nee, guck mal, hier ist meine Kamera. Wir sitzen hier einfach so auf der Bank, Digga. Einfach so. Okay, wir sehen uns in einer Stunde. Ciao, ciao. Oh, hier ist gerade eine schöne Show, Leute. Wir haben keine Zeit dafür. Wir haben eine Mission. Ja, das Problem ist hier am Standort, ist das Riesenrad, ne? Also, auf das die schlauste Idee war. Ach, geil. Wer haben wir denn da? Das könnte doch schon fast sein. Nee, das ist aber nicht. Du hast genauso schön, was Mo aufträgt. Scheiße, Alter. Die Leute sehen sogar aus hier wie Mo. Ich dachte, real talk, das wäre Mo, der hier sitzt. Ich habe wirklich gedacht, dass dieser eine Typ mit dem Mo wäre. Ey, das kann nicht sein. Scheiße, die Leute erkennen mich schon. Ich habe hier schon eine. Nein, komm, alles gut, alles gut. Ja, klar, lass schnell machen. Wir spielen gerade verstecken. Holzi darf ich nicht mehr. Also, wenn mich Fans schon erkennen, dann ist es, glaube ich, nicht so schwer für Holzi, mich zu erkennen. Boah, ich muss in die Köpfe der Jungs rein. Ich gehe jetzt erst mal auf WhatsApp, weil irgendeiner der Idioten hat mir schon was geschrieben. Hat er schon jemand? Nee. So, ich bin jetzt hier fertig auf dieser Attraktion. Ich werde gleich nochmal wiederkommen. Ich komme gleich nochmal wieder. Alles klar. Holzi sucht schon 15 Minuten lang. Wir haben hier auch eine Gruppe gemacht zum Verstecken. Tom fragt gerade, ob er schon jemanden gefunden hat. Spidey war hier, glaube ich, aber auch irgendwo in der Nähe. Holzi ist gerade an mir vorbeigelaufen. Mein Herz rast so, ach du Scheiße. Eieieiei, Leute, ey, ihr guckt euch bestimmt das Video an und denkt euch, wie ist der Junge? Vielleicht bin ich schon sechsmal irgendwie vorbeigelaufen. Wisst ihr, wie todesschwer das ist? Leute, damit ihr das kurz versteht. Holzi war gerade da. Da, wo die ganzen Leute sind, ist er gerade vorbeigelaufen. Hat hier in diese Kabine geguckt. Die schwöre auf alles. Wir hatten Augenkontakt, aber er hat meine Augen nicht gesehen, weil ich Sonnenverlauf habe. Hi, hier ist der Mo. Ich wollte mal fragen. Ich bin ja gerade auf dem Riesenrad. Und daneben ist ja so eine Bühne aufgebaut. Und da ist so ein schöner... Genau, über dem Wasser. Da ist ja so ein schöner Käfig. Ob ich mich da reinsetzen könnte. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Also wenn ich jetzt von Holzi gefunden werde, dann Schuld von Mooby Park Personal, ne? So, bitte schön. Ich danke dir. Bis dann. Bis dann. Guten Tag. Wollen Sie ein Foto machen hier? Das Ding ist, ich habe dich erst hier gesehen, sogar dass hier jemand drin saß. Ich weiß. Ich weiß. Aber ich habe das wegen der Cap und der Dingens nicht gecheckt. Ich dachte, warum sitzt da so ein Behindie da drin und blockiert das? Gebastet. Gebastet. Aber wirklich richtig stark. Weißt du, woran ich das erkannt habe? Tattoos. Tattoos und Hose. Ich habe zu viele Tattoos, Alter. Ich schwöre. Mann. Wollt ihr ein Foto machen? Ja, können wir gerne machen, aber ihr müsstet dann auch ein bisschen Moe süßen, ne? So wisst ja, wie Mo aussieht, ne? Spidey wurde als erstes eliminiert und Mo nutzt diese Zeit, um ein neues Versteck zu finden. Du bist so an mir vorbeigelaufen, wir haben uns in die Augen geguckt, aber du konntest dich sehen wegen Sonnenbrille und dann läuft er da wieder vorbei. Du hast halt festgehabt, so dass ich da halt zweimal am Versteck hatte. Ich bin jetzt hier, der tollen Bühne, muss ich mal gucken, dass der Lars nicht hier auftaucht. Und ich gehe jetzt in den Käfig hier. Wie viel Zeit nehmen wir eine Stunde lang, ne? Eine Stunde lang. Du bist ja alle, findest du, Alter, komm. Du kannst am Ende in dem Bereich, wenn nur noch einer übelst, kannst du aber super klein machen, Alter. Okay, dann lassen wir den Mo erstmal hier, würde ich sogar sagen, vielleicht. Der wird, ah, guck mal. Scheißer doch. Ach du Scheißer. Was macht der Mo denn da drüben? Nein, was macht der? Was macht der denn da? Nein, was macht der? Was macht der? Kommt der genau, als ich mich hier reinlege. Was macht der? Was geht, Kollege? Nein. Kollege Schwager. Ich bin schlecht. Was machst du, Mo? Das ist ja anders schwach. Das war ein richtiger Feld. So viel gemacht und dann nur um gefunden zu werden. Warum hat der das Versteck gewechselt? Der war die ganze Zeit. Der war tatsächlich im Riesenrad. Im Riesenrad. Der hat mich angerufen. Ich wusste, dass sowas passiert. Komm. Also Tom und Aaron holen wir jetzt noch. Jetzt müssen wir nicht nur in Dora Wasserbahn, habe ich mir gemerkt. Wenn die da noch sind, die Jungs. Während Holzi Mo eliminierte, wanderte Aaron vom Nickelodeon Land aus in den Shop, wo Spidey und Tom am Anfang ihre Outfits gekauft haben. Ach ja, was macht Tom eigentlich? Guck mal, was ich alles schon vorgefertigt habe beim Packen, weil ich bin ja schon ein gewitzter Typ. Wir haben hier drei Bereiche schon vorgeschedult, damit ich das gleich nicht alles machen muss. Einmal den hier hätten wir. Und den könnte ich die schicken. Nur in Santa Monica, wo wir Mo geholt haben. Oder ich schicke die da. Da sind die aber gerade. Deswegen schicke ich die da nicht rein. Wir gucken jetzt, ob die da sind. Wenn die nicht da sind, dann schicken wir die nach Santa Monica. Ich fahre auf dem Riesenrad und gucke, wo die sich positionieren. Oh, wie da war der da. Ich habe gerade gesagt, selbst wenn ich jetzt hier aufgehe. Du krabbelst genau da rein und der sagt so, ach, da ist ja der Mo. Du krabbelst da rein. Ich wusste. Zwei gefunden. Spidey und Mo schon gefunden. Schreiben die gerade in der Gruppe. Aber ich glaube, das ist schon die härteste Verstecken-Episode aller Zeiten. Safe. Allein unsere Verstecken-Zeit war ja schon länger als manche Videos. Ja, wir sind ja jetzt schon hier. Also Tom und ich haben noch eine Shopping-Tour gemacht. Wir haben noch cool neues Outfit geholt. I wanna gooooon. Ein Stimmungs-Teller an dem Stimmungs-Teller ist geboren. Okay. Okay, weiter. Wie holst du es nicht durch? Wir brauchen noch eine schnelle Abkühlung. Wir müssen klar den Kupf bewahren. Jetzt kann es weitergehen. Ich bin günstig sogar. Ja? Ja. Wen suchst du denn jetzt hier als nächstes? Ehren. Ich habe zwei gefunden. Ich darf viermal reingucken. Ich habe noch einmal reingeguckt. Ich gucke jetzt zu zweit. Guck mal, jetzt reingeleit. Ich will das jetzt sehen. Okay, da sehe ich nämlich, einer hat wieder gewechselt. Bestimmt Ehren. Wo ist das denn? Wer ist das? Ehren hat gewechselt an den anderen. Wo bist du überhaupt? Und Tom ist immer noch hier bei Dora. Äh, wir sind hier. Ihr seid ja bei mir mit. Also holen wir uns erst in Ehren. Weil der ist hier näher. Also wie die Leute mich angucken, die denken auch schon. Einfach hier. Ich lege einfach in Kuscheltiere rum. Ist der wirklich dumm und klettert in den Baum? In den Baum? Ach, scheiße. Das Ding ist, du musst ja wirklich eigentlich alles abchecken, was es gibt, ne? Also Ehren ist einer, der könnte auch in jeder Mülltonne hocken. Holzis allwissende Glatze teilte ihm mit, dass Ehren sich höchstwahrscheinlich in diesem Shop befinden muss. Mit seinem Adlerauge inspizierte er jede Lücke, jede Ecke dieses Ladens. Das machte Ehren in seinem Versteck so nervös, dass er anfing, irgendwelche Turnübungen zu machen und so aufflog. Stark, Ehren. War ein gutes Versteck. War ein gutes Versteck. Aber du kannst dich nicht so viel bewegen, mein Freund. Ey. Ich wurde einfach gefunden. Tom ist der Letzte. Junge, Tom hat so einen einfachen Versteck. Ey, sag doch jetzt nix, Alter. Komm raus da, Ebs, hier. Ich merke, Leute, es läuft gar nicht so schlecht. Also Mo und Spidey sind nicht lang, aber bis jetzt. Ich glaube, ich bin über 20 Minuten schon hier. Und ich bin immer noch nicht gefunden, Digga. In dem Scheit habe ich einen Miese haben. Dann würde ich sagen, checken wir mal ab, wo jetzt Tom ist. Warte, wir gucken, wir gehen einmal nahe daran. Da kann er nicht weglaufen. Du musst nicht, dass wir diesen Bereich, musstest du nicht mehr machen, Digga. Ja, ich brauch das vielleicht gar nicht. Tom ist nun der Letzte, den Holz hier noch finden muss. Das kann er natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Deswegen zieht er hier nochmal zum Sprint an, um auch Tom zu eliminieren. Ich hab den Tom gefunden. Tom. Deswegen ist er auch hier irgendwo. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Wer sitzt da? Wer sitzt da? Wer sitzt da? Wie? 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 Ich bin nicht Legolas, ich bin Lehrgutlas. Es gibt mir eine erhöhte Position und ich spotte die Leute. Junge, ich saß die ganze Zeit da. Der war am schlechtesten. Der ist in den Käfig geklettert auf andere Seite. Ich sehe so wie der da in den Käfig krabbelt. Bis die Zone sich schließt, werde ich erstmal hier mitschauen. Alles klar.